Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge 300 von Simotrans. Ja, schauen wir mal da rein. Wir haben ja letztes Mal den ICE-Beobachter, der zwei Signale gekriegt hat. Jetzt bin ich am überlegen, ob man vielleicht in diesem Bahnhof auch noch ein zweites Signal reinbaut und so dann vielleicht da auch Vorfahrt vor diesem Regionalzug kriegt. Das machen wir gleich nach dem Intro. Dann schauen wir mal, der fährt weg, der Zug. Ich dachte, der kommt. Okay, dann ist das halt so. Ist nicht so schlimm. Und meine Idee war halt hier, das zweite Signal da rein zu machen. Langblocksignal. Was ist ein Langblocksignal? Ich glaube, das ist die ganze Strecke, die er dann von Bahnhof zu Bahnhof reserviert, meine ich. Aber da bin mir nicht sicher. Auswahl Ende steht, ist klar. Und was haben wir hier noch? Streckensignal, Vorrang. Das hört sich natürlich auch ganz cool an, ne? Ach so, dann kann er da nicht mehr reinfahren, wenn du das so machst. Dann sollten wir es vielleicht so machen. Wer hat er jetzt noch? Ich hoffe es. Uh, jetzt haben wir was falsch gemacht, ne? Nicht keinen Weg mehr, ist klar. Fahr mal wieder. Ohne Route. Hat gut geklappt, ne? Hm. Ja, vielleicht können wir ihn aufnehmen und dann... Ah, jetzt ist er tatsächlich doch noch reingefahren. Gut, dann brauchen wir nichts machen. So. Der hat jetzt natürlich das Vorrang-Signal. Blöd ist, dass der ICE nicht nur Vorrang hat, sondern ja dann beiden auch. Aber warte mal. Wenn wir doch diesen Zug nehmen und wir sagen dem auf der Linie, soll immer das rechte nehmen. Den wir ändern. Ah, genau. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Ach nee, das war jetzt doof. Das löschen wir schnell da raus. Der ICE hat bestimmt auch irgendwo einen Vorrang dann, ne? Oder, nein, 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 nicht einen Vorrang. Ist schon klar, was wir meinen, ne? Der fährt da rein. Vielleicht fährt der Güterzug besser daneben rein. Jetzt müsste man nur wissen, wo wieder der Güterzug sein Ziel hatte. Typ in der Stadt. Der Güterzug soll hier rein fahren, oder? Der ICE da. Der Güterzug fährt da rein. Und der fährt... Eigentlich macht es Sinn, dass der ICE hier rein fährt. Und wir ändern. Und löschen das hier. Und machen hier noch schnell 50% raus. Gut, dann fährt er demnächst da rein. Sollte so funktionieren. Jetzt müssen wir den anderen hier noch haben. Wo ist der? Oh, der ist schon zügig wieder zurück unterwegs. Okay. Das war die Linie. Hier. Und der soll definitiv da hinten schon rein fahren, ne? Der über im Wald wägt der fährt jetzt vorrangig. Da hinten rein. Der ICE. Ne, der soll ja auch hinten rein fahren dann. Das passt. Warum steht der hier noch, weil er nicht genug Passagiere hat? 50% Beladung fehlen da noch. Achso, wir wollten ja den hier noch gucken. Der fährt ins erste Gleis. Das ist jetzt richtig. So, jetzt brauchen wir noch den anderen. Der da jetzt gerade auch kommt. Das sind sogar zwei. Und der fährt da rein. Der soll demnächst da rein fahren. Und löschen tun wir den halt. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gemacht, oder? Jetzt hält der an und wartet da und holt sich nicht den Vorrang. Also dieses Signal ist es dann auch nicht wert, oder? Vor was hat denn dieses Schild Vorrang? Das ist dann die Frage. Das kann sowieso weg, weil wir da was umgebaut haben, ne? Das müsste ja wenn hier stehen. Aber das werden wir jetzt gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, glaube. Jetzt muss ich nur das B machen. Der wartet natürlich jetzt auf Ladung. Und da müssen wir gucken, wie es klappt, ne? Das müssen wir jetzt gucken, wie es klappt. Da kommt unbedingt der Güterzug. Wie sieht es bei dem eigentlich mit Auslastung aus? Oh, der fährt miese ein ohne Ende. Da müssen wir mal gucken, ob der nicht irgendwo warten kann demnächst. Der fährt jetzt da rein. Dieses Vorrang-Signal würde ich ja trotzdem gerne hier noch hinstellen, ne? Gucken, was daraus wird. So, der wartet jetzt, bis da ein Gleis frei wird, ist klar. Und der Intercity wird nicht frei, äh, nicht voll, der ICE. Hm. Jetzt wird der da rein, aber hier passiert noch nichts. Also 67 Leute, das ist nicht gut. Jetzt hat er 140, jetzt kommt aber der andere da gerade rein gefahren, aber da sind doch welche umgestiegen. Jetzt hat der frei. Die fahren aber beide, weil sie sich nicht im Gehege sind. Ja, da müssen wir mal gucken, ne, wie es wird. Wo ist der andere jetzt? Ah, da kommt schon der ECE. Der Güterzug kommt auch. Und der Block, äh, macht definitiv hier beide Blöcke für sich. Ist das schon mal gut. Das würde eigentlich bedeuten, dass wir das hier auch gegen ein 2-Block-Signal tauschen sollten. Hm, weiß ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir gerade noch den zweiten reinholen, ne. So gut, der Zug hat sich das reserviert. 90 Passagiere, der wird nicht voll. Ja, der braucht etwas länger, ne. Ne, ist halt nicht so schnell. Und wir wollen den auch noch angucken wegen schlechter Einnahmen. Der fährt immer leer hin und her, glaube ich. Wir werden es gleich mal beobachten, dass er, äh, er nimmt nichts mit. Das ist schon mal Fakt. Fährt mieser eine ohne Ende, also. Der ist schon auf dem Rückweg. Wenn wir hier erst 132 haben. 138. Hm. Jetzt kommt hier der Regionalzug. Nicht verkehrt, der bringt uns ja hier die Leute mit, ne. Ja. Dass der Zug voll wird. Muss man gleich mal gucken. Ja, der zweite kommt hier schon an, der zweite ICE. Ziemlich lange Wartezeit, bis der andere loswährt, ne. Ja. Kann nicht reservieren, weil das voll ist. Jetzt währt er natürlich. Jetzt hat er reserviert. Der kommt vollgeladen, ne. Hier wird jetzt nichts sein, was er mitnimmt. Oh doch, 176 ist schon eine Nummer, ne. Vorrang-Signal. Jetzt müsste man wissen, spielt das woanders mit? Ich weiß auch nicht, was Vorrang-KS heißt. Vielleicht weiß das jemand anders. Ausweis-Signal-KS. Ausweis-Signal-KS. Lang-Block-Signal-KS. Weiß ich nicht. Also ich glaube Lang-Block-Signal ist das, wo viele Zonen hier besetzt. Nicht besetzt, sondern, sag schon. Reserviert werden. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Kam damit was an oder nicht? Da ist die Frage. 224, das reicht noch nicht. Aber der andere Zug steht da schon vor der Tür. Das sollte jetzt hier eigentlich funktionieren, glaube ich. Bevor der da ist. Der ist ja auch erst gerade losgefahren und jetzt wird der gleich hier weiter fahren. Dann passt der Tuck da halt irgendwo. Die steigen jetzt aus da oben und hier steigen sie ein. Ja. Okay. Das funktioniert einigermaßen hier. Wenn wir es richtig gemacht hätten, hätten wir die beiden oberen Gleise für den ICE genommen und die beiden unteren Gleise für den Güterzug. Dann wären die sich gar nicht hier ins Gehege gekommen. Hätte sie sogar hier zumachen können, sozusagen. Ja, nur ist es so, ne? Da kommt da, reserviert sich das. Passt erstmal, würde ich sagen. Wir warten da schon. 28 nur. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wo kommen die weiter, ne? Gut, ich glaube, das können wir so lassen. Das sieht jetzt erstmal richtig gut aus. Die Lupe wollen wir wieder anmachen. Und jetzt müssen wir diesen Bahnhof angucken. Döbeln, Apollo, Tempelkasse über Döbeln, Alter Elbtunnel, Hamburg. Also das ist eine Schiffsreisegesellschaft hier. Döbeln Geröllgasse. Das ist intern. Döbeln-Nordtunnel, Alter Zuckerfabrik, jetzt auch intern. Also innerstädtisch. Ja. Die meisten fahren mit dem Schiff dann weiter, ne? Aber so sind die Zahlen eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Sack, Post, Postdecke. Ah, okay, dann gucken wir mal lieber nicht hinterher, ne? Sind erstmal bei den Personen, denke ich. Gut. Wir machen mal unsere Liste grad wieder auf. Mit den Haltestellen. Jetzt sind wir auf wartend, aufsteigend. Süddeutscher, Alter. Döbeln-Waldweg haben wir. Was ist hier am Getreidehof? Ach, das ist der, oder was? Ne, ich hab's knapp daneben erwischt. Das ist hier. Da wartet aber nicht mehr viel. Das haben wir... Ja, hier doch hier unten. Die Südfrüchte. Wo kommen denn die Südfrüchte hin? Wer lädt das denn? So, das ist schon der Zug. Das sind alles Paletten. Und der packt Weizen ein. Da wartet aber... Da muss ja irgendwie dann irgendwie einen Zug fahren oder sowas. Äh, einen LKW fahren, der das da hinbringt. Macht das Sinn? Aber geht wahrscheinlich gar nicht anders, ne? Hier, der da ist es. Der bringt's Bier weg. Getreidehofmarkt. Ja, hier 27 Früchte. Okay, dann haben wir da ein Problem. Und ich glaube, da ist... Mit diesen Paletten hier... Da kümmern wir uns in der nächsten Folge dran. Und das ist jetzt für diese Runde erstmal genug. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video wohl leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao! Ciao!